Hallo ich bin SamtexWookie und ich spiele Metro Redux. Ich mache den Erfolg für 15G Schatten. Dazu müsst ihr nur 15 Gegner unbemerkt töten. Dazu eignet sich am besten entweder eine Waffe mit Schalldämpfer, Wurfmesser. Ihr dürft nicht bemerkt werden oder ihr könnt auch euch in der Hockey langsam anschleichen. Wenn ihr an den Gegner nahe genug rankommt, könnt ihr von hinten einen Spezialangriff machen. Das zählt alles als Anschleichen. Und ja, das macht ihr 15 mal, sprich Wurfmesser oder töten durch Schalldämpfer. Vorausgesetzt, die umliegenden Gegner werden nicht bemerkt. Ja, das 15 mal, das bringt den Erfolg. Schatten. Ja, da ist er schon. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Haut rein. Gruß. Euer Wookie.